Und dann fahr ich noch gar nicht. Ein Bergauf ist immer so geil, alle Arschluss. Ein bisschen Motivation wie ein Urteil. Dann fahr ich jetzt zack, 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 auf ein Schalter. Und das ist immer fünfmal mit der Rahmenschaltung. Das ist wohl geil. Kapper ist geil. Österreich, ja. Ist der Bild? Ich hab' den großen Sommerstab. Warte, Ruder ist gut. Na, na. Na, geh. Ich hab' den Scheiß. Wie? Ja. 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 Nur weil ich schlecht stand. Ja, warte. Und dann... Ja. Aufgepobast, warst aufgeregt. Sie hat das ja auch schon gesagt. Ich hab' gesagt, Ruder, dass wir die Aufregung furschen. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Nimm, tust du ein, locker. Ja. Passt schon. Ich hab' die Haargesunde, dass ich nicht. Ich meine, so gut ist die Kamera nicht. Ich hab' die Haarfuhr. 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 Ja, wohl, Hans. Wie früher. Der zieht er davon. Ich kann ihn nicht halten. Unaufhörlich. Ich kann ihn nicht halten, geht nicht. Boah, die Klassikerjäger sind da, Wierner. Da ist der K-Mädchen. Bist du deppert. Die Brille ist wie früher. Ein Falt hat zukommen. Ja, stimmt. Wir wollen ihn nicht so schnell bergauf fahren, aber wir müssen. Wir brauchen den Schwull. Wir müssen nicht attackieren oder so. Nein, nein. Ja. Nichts. Ja, stimmt. Ich bin auf der Klasse. Ich bin in die Gefahr. Ich bin in die Gefahr. Ja, ich bin in die Gefahr. Ich bin in die Gefahr. Ich bin in die Gefahr. Bis zum nächsten Mal.